Im Tuning von Powergames bewegen wir uns schon fast richtigen Erdmittenpunkt. Der ist so tief. Und weil das Riff so langsam und heavy ist, habe ich natürlich viel Platz für den Gesang. Dementsprechend kann ich mit viel mehr Phrasierungen arbeiten, um den Song nachher wieder so richtig die Reise zu gehen. Es ist jetzt langsam, es schleppt es sich wieder her, es ist jetzt schnell, es klingt nach Schnäbi. Irgendwo dort haben wir gewissen Head-Raum, wo wir uns drinnen legen können. Da in der Strophe nur eine Harmonie läuft, bin ich natürlich ziemlich frei für meine Melodie. Ich kann hoch, runter, nach hinten, nach vorne, aber Achtung, man weiss, weniger ist manchmal mehr. In unserem letzten Video haben wir uns versprochen, dass wir euch dieses Mal ein neues Band vorstellen müssen. Also, wenn wir irgendein Problem haben, etwas unklar ist oder so, dann fragen wir uns sicher zuerst mal ihn. Und da ist er. The Machine. The Machine. The Machine. The Machine. The Machine. The Machine.